Zum Schluss von diesem Workshop möchte ich Ihnen einmal die Frage stellen, wie funktioniert denn eigentlich Farbangaben, Farbenci, von morgen aus unserer Sicht? Bisher hatten wir es so, dass ein Grafiker aus einem Farbsystem eine Farbe herausgesucht hat und dann so ein Logodesign gestaltet hat, unabhängig von dem, auf welche Ausgaben es dann im Druck zum Beispiel herausgeht. Wir sagen heute, dem muss Achtung getragen werden, wie ich Farben heute auswähle, denn der Druck allein und vor allem der Zweifarbendruck ist nicht mehr so häufig, weil eben solche digitale Systeme oft zum Einsatz kommen, wo dann solche Farbsystemfarben gar nicht abgebildet werden können. Aus diesem Grund sollte man sich gut überlegen, wenn man eine Farbe als Gestalter festlegt, einmal hier diese Farbsysteme in Betracht zu ziehen und dementsprechend korrekt anzugeben. Das Beste aus unserer Sicht wäre, eine Farbe in HLC- oder LAB-Werten anzugeben, da diese Farbsysteme nicht profilabhängig oder geräteabhängig sind. Wenn man ein RGB- oder HEX-Wert angeben möchte, dann muss unbedingt das Profil des gewählten RGB-Arbeitsfarbraums angegeben werden, weil ansonsten die RGB-Werte, zum Beispiel ECI und sRGB, sich doch unterscheiden können. Das Gleiche natürlich bei ZMIG, auch da. Dieser Farbraum CMYK ist geräteabhängig und es sollte auf jeden Fall, wenn eine Farbfläche heute noch in CMYK angegeben werden muss, dann muss zwingend auch das entsprechende Farbprofil, in diesem Falle jetzt zum Beispiel Coated Fogra 39, angegeben werden. Sonderfarben, hier sagen wir, wir, das ist ein Wunsch, gehen davon aus, dass in Zukunft ich eine Farbe in HLC oder LAB definiere und wenn ich dann eine Sonderfarbe brauche oder eine Folie oder eben eine Hausfassade streichen möchte, dass ich dann zu meinem Farblieferanten gehe und er mir anhand von Spektraldaten diese Sonderfarbe rezeptiert. Auf was ist noch zu achten, wenn ich Gestalter bin? Eben die Crossmedialität. Wir haben hier einen PDF-Layer zum Download, wo sie mal sRGB-Farbräume, PSO-Coded, Coated Fogra 39 und den Ebsen-Farbraum zueinander vergleichen können. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn sie Crossmediales Farben-CI machen möchten, Farben zu wählen, die nur in einem speziellen Ausgabeverfahren erreicht werden können. Also hier ist ein Farbton zu wählen, eventuell nicht dieser hier, sondern vielleicht einer, der dann wirklich auch überall zu erreichen ist. Das wäre in diesem Falle jetzt hier der Coated Fogra 39 und wenn ich sage, es wird auf diese Ausgabe ausgegeben, dann muss ich mich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränken. Wenn ich eine Schmuckfarbe wählen sollte oder muss in einem anderen Farbsystem, da haben wir auch ein Hilfsmittel vom DTP-Studio Oldenburg, und zwar den digitalen Farbatlas. Darin wurden über 300 Farbsysteme vermessen und können zu RGB, HLC, LAB-Werten verglichen werden. Die CMYK-Werte basieren noch auf dem DCS-Farbbuch. Also hier würde ich empfehlen, einfach LAB, HLC-Werte oder RGB-Werte einzugeben und dann entsprechend hier auf der rechten Seite kann man unter diesen 300 verschiedenen Farbsystemen dann die nächstmögliche suchen. Es werden einem hier dann drei verschiedene Farben aufgeführt und zuoberst immer diejenige Farbe, die hier im Kreis, das entspricht der linken Fläche, das ist einfach für den besseren Vergleich, hier nochmals diese Fläche dargestellt, zeigt einem hier die Delta-E-Abweichung der am nächsten liegenden Farbtöne. Also mit diesem Werkzeug können Sie auch in über 300 verschiedenen Farbsystemen, Folien, Fassadenfarben, Lacke und so weiter Ihren vorhin gewählten HLC, LAB oder RGB-Wert vergleichen. Eine sehr gute Hilfe, wenn es darum geht, Crossmedialität wirklich zu gewährleisten. Wenn Sie unsere Gedanken auch nachvollziehen können und sich an unserer Vision beteiligen möchten, dann finden Sie auf unserer Webseite ein Formular zum Download, wo Sie Mitglied werden können. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie aktiv auch mitarbeiten möchten an unseren Projekten. Es würde uns freuen. Mitемся alle Tenden und vielleichtpic Birer sondern wir sehen uns die92. ein öffentlich Cos synd nach eine .